Bro, ich sehe aus wie... Ich wache morgens auf und das erste, was ich auf TikTok sehe, ist... Ich wusste von Anfang an... Digga, ich will das alles nicht mehr. Naja, und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen Start in... Es ist Dima 4.1 aus der Hot, ich ficke den... F***! Nein, das ist schon wieder passiert. Alter, ich wurde mal wieder komplett verarscht. Ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich alle. Kinderüberraschung oder noch besser, Kinderjoy. Kinderjoy, Beste, wirklich. Ich liebe Kinderjoy, aber die Spielzeuge sind ja absolut beschissen geworden. Früher, ich kann mich noch richtig gut dran erinnern, ja, da gab es so Schlümpfe und so und richtig geiles Zeug. Heute, heute wirklich. Ich will es gar nicht öffnen, Digga, ich will es gar nicht öffnen. Bruder, das ist komplette Verarsche. Das ist drin, das ist drin. Bro, einfach Faden. Boah, zum Glück gibt es hier auch eine richtig geile Anleitung, damit ich weiß, wie man Faden benutzt. So eine Verarsche, Alter, Junge. Alter, so eine Verarsche, Bruder. Kannst gleich da liegen bleiben, okay? Ich glaube, ich hätte mich mehr gefreut, hätte ich das Ding aufgemacht und da wäre gar nichts drin gewesen. Naja, herzlich willkommen zu den besten TikToks. Bruder, sein ganzes Zimmer ist einfach Greenscreen. Mach ein Video nächstes Mal bitte so. Nein, Spaß, Mann, ey, alles gut. Ich habe, Bruder, mein Gaming Setup war vor 10 Jahren, ich habe nicht mal ein Gaming Setup. Bruder, ich habe hier ein Mikrofon und ein Monitor stehen. Gaming Setup. Bruder, mein erstes Gaming Setup bestand aus einer Playstation, die unten am Fernseher angeschlossen war im Wohnzimmer damals noch mit meinen Eltern und einem iPad, auf dem ich meine Videos geschnitten habe. Gaming Setup, Digga. So, Leute, seid ihr bereit für die beste Ambientenbeleuchtung, die ihr je gesehen habt? Ich bin bereit. Musik ist Copyright, deswegen. Louis, we don't do the way around. Bro, das sieht nicht aus wie Innenbeleuchtung, das sieht aus wie halber Weihnachtsbaum. Ja, Mann, Alter, beste Innenbeleuchtung, Mann. Ich will fahren und keine Disco feiern. Heute habe ich gelernt, dass diese ganzen weirden 5-Minute-Crafts-Videos mit irgendwelchen sinnlosen Hacks gar keine sinnlosen Hacks sind. Nein, es ist eigentlich Fetisch-Content, der dafür da ist, irgendwelche Leute im Internet mit ihren Fetischen zu bedingsten. Macht Sinn, macht Sinn. Oder erklärt mir mal, warum dieser Live-Hack hier sinnvoll sein sollte. Ja, okay, Mann. Ja, okay. Ja, okay. Ach so, weil ich die Form von dem Kürbis nicht anders hinbekomme. Ne, ich muss mit Joppa drauf sitzen. Gucken wir weiter. Ich glaube wirklich, die einzige logische Erklärung ist das mit dem Fetisch. Jetzt macht alles Sinn. Jetzt macht alles Sinn. Warum sollte denn dieser Live-Hack sinnvoll sein? Sinnvoll. Ja, Mann. Okay, vielleicht bin ich jetzt in der Hose, aber ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist. Deine komplette Hose ist nass. So ein guter Live-Hack, Alter. Wieso bin ich da drauf früher nicht gekommen? Bruder, ich muss aufs Klo, um mein Geschäft zu erledigen. Um nicht da drin zu wohnen oder zu schlafen. Wozu brauche ich dann Kissen? Und warum klebt die das überhaupt mit der Heißkleber dran? Junge, diese Musikauswahl von denen ist auch wirklich schrecklich. Ich frage mich eigentlich, was jetzt hier der Fetisch dabei sein soll. Hey, Digga, lassen wir es einfach, Mann. Digga, da ist eine komplett vollgeschissene Toilette und das Einzige, was denen einfällt... Man kann ja vielleicht irgendwie anders demonstrieren, dass die Toilette komplett verdreckt ist, aber doch nicht so. Das sieht schlimmer aus als eine Bahnhofstoilette in Frankfurt. Das war es auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday oder auch... So, krieg ich zur Hand? Digga, bist du so dumm oder so? Bro!